Was geht ab? Ich will so einen Siavini, zeig dir mal hinter dir. Du hast eine kleine Schade angelockt. Es gibt ja weiter weiter. Oh mein Gott! Let me alone! Let me alone! Oh mein Gott! Let me alone! 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 Ich glaube, vielleicht hat einer andere auch eine richtige Waffe von denen. Vielleicht hat einer andere auch eine richtige Waffe von denen. Glaube ich nicht. Du wirst nie wissen. So, ich räume in der Zwischenzeit die Base auf. Geh weg! Let me cross! Ähm... Ja, unsere Freunde suchen... Die Timbuti und die Neon sind auch irgendwie ein 3er-Drop sichern. Ja? Ja, ist ganz gut. Wir sind auch gerade gut beschäftigt. Muss ich kurz einen picken. Kleiner Wichs, kannst du mal Pamka-Muni bitte mitbringen? Nee? Ja. Ja. Der hat gerade eine Grenade geworfen, der Wichser! Nee? Ja! Woher haben die das immer aus den ganzen... Aus den ganzen... Ja, aus den ganzen... Ja, aus den ganzen Airdrops. Die ganzen Loops sind diese Gumblers immer, ne? Ja. Die sichern den Airdrops immer. Ja. Komm mit mir! Du kriegst einen M4! Du kriegst einen M4! Geh ihn, Leute! Geh ihn, Leute! Geh mich! Das ist so geil! Nein! 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 Ich habe viele Packer, aber wir können weitergehen. Seid ich noch nicht? Ja. Nein! Das tut. Ja, das tut. Der ist irgendwie ein Cat oder so, die spricht so wie so ein Erotik-Pornostar oder so. Stop chasing me! Stop it! Right now! Stop chasing me! Stop it! Right now! Stop chasing me! Du kommst nicht mehr entgegen, ey! Eskalation! Du hast keine Muni mehr, oder? Der letzte muss genahkampf werden. Ist das euer Ernst? Leute, er wirft ne Granate! Hä? Irgendwie wurden meine Boxen nicht geplaced. Habe eine Granate noch sichern können? Research Kit! Geil! Ich will nicht sagen, aber ich brauche mal Munition für meine Pumpkarte! Da kommst du jetzt diese Straße da entlang, oder was? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ich habe eh ein kleines Schlachtfeld hinterlassen. Oh, ich habe noch ein bisschen Explosive. Was soll das oben? Oh, 200 Gunpowder! Ich muss hier doch nochmal reinzuschauen bei denen. Ich habe die, glaube ich, gerade alle geradet. Boah! Fuck, ey! Tempoti braucht irgendwo Hilfe. Lauf eine Straße hoch, meinte er. Hm? Auf dem Weg gibst du euch Probleme. Wo läufst du jetzt hier gerade? Du musst jetzt nicht durch den Wald hier. Ja, ja, genau! Geh rechts, geh rechts! Das ist der Wald, genau! Perfekt! Ja! Dann komme ich genau bei euch hinten raus! Nice! Alter, wie ist das Titel? Ähm, fünffach... Fünfzehn-fach-tötung. Du hast mir gerade ne Fiftlingkegel. Ich habe wirklich 15 Leute weggeschossen. Ich habe immer im Laufen einfach umgedreht. Ich habe alle gerade umgelegt, ey. Ich glaube, wir haben den Server ein bisschen gekleadet. Ich habe noch ein paar neue Plätze gemacht. Aber ich habe das Gefühl, als wenn ich gerade den Streamer getötet habe und seine ganze Armee, ey. Der macht auch gerade nur ne Scheiße. Boah, ich brauche nur die Muni, ey. Oh, oh! Da vorne ist ein Böse. Hm? Da ist ein grüner. Ja, ich bin dann auch bald da. Sind jeweils viele... Ach, du Scheiße! Sind da! Ich bin gleich da! Das sind unsere Freunde, ne, ne? Ich bin gleich da, Boah! Ja, wir müssen uns zu Hause sammeln. Jedenfall. Ach so, die beiden anderen sind auch schon wieder da, ne? Und haben sich zusammengefunden. Naja, schon längst. Und die haben auch alle wieder equipped und so, ne? Ja. Ja, die Hummers gleich dann. Gib mir ja nur mal eine Pumpen-Mulition. Ähm, ein Small-Medikit und dann... Ein Small-Medikit. Sag mal, spinnen wir hier? Seh ich aus wie Gott, oder was? Hier haben wir hier wieder einen Arsch offen, oder was? Einen Finger reichen dann gleich die ganze Hand nehmen, oder was? Ey, ich hab grad einen 15-fach Tötung gemacht. Ja, tja, also du Knechtkind jetzt. Die brauchen das. Ich glaub, die mögen mich jetzt nicht mehr. Die müssen immer nur so getötet werden, sonst verstehen die das nicht. Da hinten sind auf jeden Fall drei, vier Gegner auch gewesen mit Weapons und so. Ja, ich seh, ich seh, ich glaub ich jetzt, ähm, recht, auf der Straße. Ich bin rechts. Ich hab eine Granate. Ey, bist grad hell oder wieder dunkel? Es ist grad hell geworden. Ähm, ich hab auch noch eine Granate, ne? Ja, ja, ist gut. Wollen wir da mitmachen? Nichts. Soll ich die manchmal mit? Äh, rein? Ja, von mir was kann's in die Menge schmeißen sein. Ja, ich hab's ja grad erst bekommen. Und klar, die sind hinter mich getroppt, einfach. Krank, ey. Ja, das müsste ich da vorne sein. Boah. Fuck. Ich hab's gleich mal mit oder so. Seite, die gehen wir alle an und da pampern oder so. Ist ja nicht nur beschützt. So, falsch. Das Tier geht beast mode. Komm mal nach oben. Nach oben? Ja, also nicht. Ist da oben oben Feuer? Nö, ich muss nicht mal richtig hinstellen. Vielleicht kriegst du ein Feuer. Da kann man noch ein bisschen Stuff wegtun. So, wir haben auch noch einen Research Kit, ne? Ja, was researchen wir als allererstes? Was wollen wir als allererstes researchen? Der du die ist wohl da, ne? Ich bin... Ich hab grad 15 Leute umgelegt. Ja, ich hab bisschen gelaufen. Ich hatte ungefähr, ungelogen, 15... Ich hatte grad ungefähr wirklich... Ich hatte grad ungefähr wirklich... Das ist Cat, lass ihn liegen. Fuck, Vinnie, was ist denn mit Shotgun her? Ihr habt insgesamt euch, ungelogen, grad 15... 15 Leute getötet. Ey, du hast grad Cat gekillt. Ey, äh, Vinnie, da hinten sind zwei Leute, die haben, äh, P250 und haben drei von uns gekillt. Also eigentlich... Ja, dann lass da gleich hin. Equippt euch. Ich war grad auf dem Desktop und da hat er mich gekillt. Ja, ich hab mich schon gewundert, warum du einfach stehen bleibst. Wo haben wir bis jetzt unseren Explosive-Gram reingeräumt hier? Oben? Im Zischen? Ja, das ist keine Ahnung, weil ich... Ich bin grad wie so ne... wie die Hausfrau hier. Alter, das sieht hier aus wie viel Asyl... aus. Aber wirklich, ey. Also ich hab mein Zeug immer schnell neu gemacht. Also ganz ehrlich, als allererstes researchen wir in der Triple-Box. Ja, wir wollten langsam echt machen, am Suchbind für richtige Waffen. Und dann auch, ey, ich mach dafür. Ich kann ja, ich kann ja, ich kann jetzt fast jede Waffe herstellen, Nickers. Ich kann M4 und Shotgun. Ja. M4 können wir herstellen, wir haben genug, Mats. Nick, wie ist denn das? Sollen wir oben in den Shelter mal reingucken? Ja, machen wir jetzt erstes. Oder wir gehen jetzt uns ähm... Zombies fahren, also diese Tiere fahren. Da wird schon mal ein bisschen da bessere Waffen noch bekommen. Das wär ich auch recht sinnvoll. Ja, aber wo ist die Frage? Ja, da hin zur Fabrik, da müssen wir einmal über die große Wiese und dann links. Das dauert ein bisschen. Dabei, wo früher die Tanks waren. Ja, ich weiß wo, dann müssten wir... Dann lasst uns alle equippen, holt euch alle eine Pistole, Pfeile genug. Ich weiß, wo ganz viele auch noch sind. Wie, wird's nicht grad wieder dunkel? Loll. Wird's grad wieder dunkel? Ja, es wird wieder dunkel. Achso, wegen diesem Kack-Restart, ne? Nick, versuch mal bitte nicht mal unser ganzes Holz rauszuhauen. Wir haben nichts... Ich hab nichts rausgehauen. Ja, wieso haben wir null? Weil wir die ganze Zeit schon null haben. Ja, wir brauchen nicht mehr so viel. Wir brauchen nicht so viel. Wir brauchen nicht so viel bauen. Ich hab nichts mehr gebaut. Wenn ich bauen möchte, ich hab hier oben... ...genug von diesen, äh, verarbeiteten Dingsen. Das war ne geile Aktion. Gut. Also, ich bin gleich einsatzbereit vom Dengar. Ich glaube, hast du noch meinen Pampenbrief zu? Ja, ich muss nach oben kommen. Das mache ich nicht. Toll, wo sind die ganzen Kisten hin? Ja, die sind irgendwie wieder verschwunden. Keine Ahnung. Weil ich irgendwie einmal disconnected bin. Jetzt sind irgendwie alle wieder weg. Richtig komisch. Herr, kannst du jetzt auch reden? Oder... Nö, ich rede immer über seinen PC sozusagen. Ey Leute, der Egonormo, der sitzt auch hier auf dem Server. Ja, ich weiß, ich rede grad mit dem. Achso. Der ist da am Hangar, aber der weiß nicht, ob man hier hinkommt. Und eigentlich wollte ich den jetzt gleich ohne gehen. Dann lass doch auch alle gleich irgendwie Richtung... ...irgendwie hinten rum zum Hangar, damit wir auch Zombies da machen können. Ja, eben. So, ne Gaskeepern bitte. Der ist hier drin. Muss hier selber ausmachen. Was machst du denn? Nö, Nö, Nö. Aber dann lass doch lieber warten, bis Tag ist, oder? Jetzt gehen nach. Wie ist das da oben in den Bergen? Haben wir ja noch nichts gesehen. Wer will, kann ja so ein bisschen das Feld ablooten mit Ressourcen und Holz und alles was. Und sonst pump kann die zum researchen? Nein, das ist der größte Bullshit. Das braucht man niemals. Pump kann kriegen mehr genug... Warte, ich fahre mal, ob die hier drüben noch ein bisschen was haben. Hat einer von euch noch so ein bisschen normale Pumpker-Munition einfach? Was, lassen wir mal jetzt jagen gehen, das Feld und das Aufräumen. Da waren eigentlich auch noch welche hinten. Habt ihr nicht? Nö. Na, egal. Ich hab ein bisschen. Ja, können wir... Ja, lass jagen gehen. Guck mal, da hat einer ein paar Tiere gefüllt. Ja, ist doch gut, wenn er die alle hat. Ja, ist doch gut, wenn er die alle hat. Ja, ist doch gut, wenn er die alle hat. Habt ihr alle... Wartung, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja. Habt ihr alle Waffen, Pfeile und alles? Ja. Da oben rechts, farmt jemand einen Stein. Also hier wird nie langweilig. Ja, oh, Packel, Packel. Zwei, zwei sind das. Genau, jetzt erst mal alles aufgeräumt. Größtenteils. Da gibt's die ganzen Tür noch, ob sie alle zu sind sind, sind zu. Seid ihr schon unterwegs? Götter? Seid ihr schon unterwegs? Ja. Wo seid ihr? Da vorne oder das? Hast du noch ein paar Eros für mich? Hast du so richtig viele hergestellt? So 50 oder so? Ja so fast. Gut. Das ist halt absolut Wrecklich. Es hat uns wie gesagt... Auch nicht, ne? Okay, ich komme jetzt dazu gestoßen. Ich bin nicht. Ich sag mal Bescheid, dass sie kommen. Der war voll cool, Lala. I'm coming. Sag Bescheid. Nick, Nick kommt jetzt rein. Mach mal so. Das bin ich. Nicht, dass ihr mich jetzt hier wegballert. Das ist, das ist Nick. Ja, jetzt sind wir eigentlich hier oben. Da oben war doch Licht in dem Feld. Ja, aber ich denke mal, das sind alles, ähm... Das sind alles wohl geschlossene Hütten, denke ich. Wir brauchen C4. Und dafür müssen wir halt, wie gesagt, diese Zombies killen, damit wir da endlich das Blueprint rausbekommen. Wenn wir nur das Blueprint haben, wir können so viel C4 erstellen. Zombie nabbt mich gerade der. Nein, dieser. Hallo. 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 Hier ist ein Bambi. Hallo. Hallo. Lass die Bambis in Ruhe kommen. Wir ziehen uns mal los in der Nacht. Egal. Komm, lass... Wir gehen jetzt Zombies killen. Lass der Zombies killen gehen, alle hinter Nick her. Auch wenn's scheiße dunkelt. Jetzt haben wir ein paar Fackeln oder so. Ich hab ein bisschen Fackel, ja. Also dann können wir so eine craften. Egal, egal. Scheiß auf die... Lauf, 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 lauf. Scheiß auf die Bären, einfach weg. Sonst vielleicht immer eine Fackeln, so als Erkennungszeichen, wäre vielleicht ganz geil. Hat jeder von euch eine Fackel dabei? Hat jeder von euch eine Fackel dabei? Keine Antwort ist auch mal gut. Ja gut, dann pack die mal so, dass wir die ziehen können, falls wir uns nicht sicher sind, ob das einer von uns ist. Oh! So! Dreh nochmal Pfeile. Hier. Ja, Fackel sind immer Bambis, das ist egal. Ist egal, komm. Bringt nix. Der hat sowieso nix. Der hat nix. Ich hab heute morgen den Bug, da hab ich ein Design abgebaut und bin in den Stein gebacken. Ich bin dann gestritten, das steht dann direkt im Staub. Lol. Hast genug Schuss? Jo. Immer genug Schuss. Das weißt du bei mir. Ich hab nicht genug Schuss. Mit Pumpkan? Ne. Das ist eine neue Farm. Pumpkan können wir dir nicht herstellen. Pumpkan Muni. Aber M4 Muni? M4 auch nicht. Dann schießt mir der MP nach 3. Was ist das, was wir machen? Ja, lass sie da. Egal, einfach dran vorbei. Einfach dran vorbei. Ist egal. Lass dir in Ruhe. Mir hinterher. Lackt wir ein bisschen, ne? Ja, leicht. Weiter vorne. Okay, lass da hinten hin. Die Straße, dann klar. Ja, du sprichst davon, dass wir keine Bammys töten wollen. Ja, tu ich wohl. Aber selber stötest du sie? Alter, mich nervt. Mal weiter. Wo ist die scheiß Straße? Hier oben, ne? Ja. Bleib einfach nur bei der Truppe. Die Truppe ist, wenn ich mich nicht irre. Hier. Einmal Truppe stehen bleiben. Wartet einmal kurz bitte. Lass mal kurz irgendwo einmal kurz sammeln. Tim. Tim. Soll ich vielleicht einer mit ner Fackel leuchten? So scheiße dunkel hier, Alter. Ja, ich hab hier einen. Lass mal hier oben auf Nick warten. Seht ihr das? Wir haben ihn grad verloren. Wie kann das sein, ey? Hier muss ja genau die Straße sein. Du bist falsch. Ich hab keine Fackel mehr. Jetzt find ich euch nicht mehr. Warte mal, hier. Ich bin irgendwie der im Wald. Warte, hier müssen wir vorne die Straße sein. Oh fuck, hat einer mit was Beißen dabei? Ja, hab ich. Lauf mal einer bitte wieder zurück. Lauf mal wieder zurück. Ich find das uns nicht. So dunkel ohne Fackel wird das nicht. Ja, wir müssen zurück Nick finden. Kommt mit. Kommt ihr? Ja, nehmt auf jeden Fall Fackeln mit. Nehmt euch die Fackeln hier mit, Alter. Damit wir alle Fackeln haben und die ganze Zeit laufen können, um Nick zu finden. Soll ich einmal schießen und schießt einmal in die Luft, okay? Und ihr sagt... Ja, warte. Pass mal kurz auf. Kommt, bleibt mal kurz hier. Nick schießt einmal in die Luft und dann orten wir ihn, okay? Sieht man das? Sieht man das? Ja, hier. Jemand hören müsste das auch hören, oder? Ja, da hinten bist du. Ja. Ja. Da. Ah, da seid ihr. Da unten ist der Knecht. Ne Fackel für mich? Jawohl. Ne. Egal. 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 kann oder was also wir spielen mit einer mp sind youtuber wir haben eine eine mp5 eine pump kann man drei bürgen wenn du so sagen willst ja also sagen wir haben einen pump kann mp und drei gute bürgen sind wir hier vorne gleich bei der werkstatt aber man sieht echt gar nichts gar nichts gar das ist für teller siehst du das auf einmal man kann man auch wieder was sehen sonst würde ich mich auch nicht anlegen wenn wir mit unserem tropfen ein stone hackt es zerstört es sammelt es aber hier ist die welche so eine scheiße wenn oma ist drinnen und zum beispiel kann man nicht alle mal töten wo sind zum tötet mal oder ich mal alle tötet mal ganzen zombies hier alle zum johann betreten alle immer alle töten so dass wir so dass wir schön viele research